Was war das? KP? Kooperation? Kampagne, okay. Hochschule Niederrhein-Interview. Mantia, Klappe, die zweite. Oh mein Gott, das war zu früh. Das hier. Also das Studentenleben ist nochmal was ganz anderes. Es ist schon so ein Klischee, dass ich öfter mal Nudeln esse. So ziemlich oft. Ich hab mehr Freizeit. Selbstständig. Lernaufwendig. Praxisorientiert. Ja, was fällt mir denn da jetzt gerade ein? Ich kann beispielsweise auch selber einen Staubsauger reparieren. Wir haben zum Beispiel Psychologie, Soziologie. Dinge drehen. Die Sachen, die du lernst, direkt anwenden, auch im Labor. Dass man auch mal in den Menschen reingucken kann. Ich zeichne auch Comics, jetzt zurzeit sogar für die Hochschule. Kommt bald was auf euch zu. Mönchengladbach ist jetzt nicht meine Lieblingsstadt. In Mönchengladbach gefällt es mir relativ gut. Weil Krefeld so eine wunderschöne Stadt ist. Ja, Krefeld. So als ob ich das dir jetzt verkaufen möchte. Studieren sie Elektrotechnik, solange sie noch jung sind. Dieser Studiengang ist einfach super. Das war die beste Erfahrung meines Lebens. Die Professorinnen haben meistens richtig gute Connections in die Industrie. Dass die einen auch mit Namen kennen. An der Universität ist das ja gar nicht denkbar mit 200 Leuten. Das Studium hat mein ganzes Bewusstsein erweitert. Also ich sehe die Welt auf jeden Fall ein bisschen anders. Ich möchte gerne im Bereich Finance arbeiten. Mein eigenes Label zum Beispiel zu gründen. Also meiner Meinung nach solltest du es auf jeden Fall studieren. Ein bisschen Bügen darf man gerne. Ach. Du hast mit einer Haus Pullen.